Ich bin wirklich heute Abend gerne nach Benzheim gekommen, um meinen Kollegen und Freund Michael Meister zu unterstützen. Wir sitzen seit vielen, vielen Jahren in der CDU und CSU-Bundestagsfraktion nebeneinander. In dieser Zeit habe ich ihn nicht nur kennen, sondern auch schätzen gelernt. Er ist ein brillanter Wirtschafts- und Finanzfachmann, vor allen Dingen menschlich ein ganz feiner Kerl. Sein Wort hat in der Fraktion Gewicht und auf ihn kann man sich verlassen. Der Wahlkreis Bergstraße hat einen tollen Abgeordneten, der ihre alle Unterstützung verdient hat. Der Wahlkreis Bergstraße hat einen tollen Abgeordneten, der ihre alle Unterstützung verdient. Der Wahlkreis Bergstraße